Heute hat mich eine Gastro-Tour durch den 10. Bezirk durch Favoriten geführt und es war versehen mit vielen kulinarischen Highlights, mit unterschiedlichen Restaurants, die sich beispielsweise mit traditioneller türkischer Küche beschäftigt, sehr viel Fisch, Fleisch, Gemüse und jetzt mit einem der besten Döner-Kebab, die es in unserer Stadt gibt. Manche behaupten sogar der beste überhaupt und von daher ist hier in der Favoritner Hauptstraße vorläufiges Ende einer sehr spannenden Gastro-Tour, die ich nur allen empfehlen kann, vor allem auch jene, die ihren Sommerurlaub beispielsweise in Wien verbringen, etwas auch erleben wollen und sich einmal durch die kulinarischen Möglichkeiten, die unsere Stadt bietet, wie hier zum Beispiel den Favoriten durchposten wollen.